Sport verbindet die Menschen. Das ist heute eine Möglichkeit oder in den letzten Tagen auch eine Möglichkeit hier, dass man Leute kennenlernen, den jungen Polizistinnen und Polizisten in der Ausbildung stehen, auch diese Seite des Exekutivberufs näher zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Name ist Eivett Masse. Ich komme aus dem Bahnhof von der Grohe Alm auf 1200 Meter. Und wir arbeiten für die Integration, für die Inklusion. Und in Styria und in der Stadt sind wir auf dem Weg erfolgreich. Wir müssen viel in der Zukunft machen. Aber diese Games machen uns able to show the world, from a human rights city, that it is possible to live with handicapped people together, to give them good education, to give them a good job, to give them good life quality. Musik 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 Musik